hallo liebe freunde jetzt kann ich keine blumen an der volkslehrer sondern das ist für die vietnamprinzessin ja und ich mache mir schon sorgen um dir wie es dir geht wie es dir geht mache mir sorgen versuchen wir mal ein bisschen hochdeutsch zu sprechen und ich habe mir jetzt oft in der zeit gedanken gemacht wie geht es dir was mischst du geht es dir gut hast du arbeit und so weiter und ich habe den geförstet von so einem blumenkuss die blumen sind für dich ja schöne rosa rosen und ich habe schon gesagt ich hätte das damals auch angegangen sollen und du bist auch jederzeit gerne bei mir willkommen wenn du kurz vorbeikommen willst ja wenn du dich anders entschieden hast können wir ja normale freunde bleiben wenn nicht kannst kannst du gerne kommen jederzeit mit besuchen bezahlt er dir auch die tickets und weiter kannst du bei mir auch dann ja wenn du lust hast du kannst ja mal in hamburg besuchen kommen sie mal kennenlernen ja auf jeden fall wünscht hofft dass dir alles gut geht ich mache mir richtig sorge um dir wie es dir geht und 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 Zai-Tien. Zai-Tien.